hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück bei minecraft new horizon und wir sind hier immer noch kräftig am produzieren hier sind wir schon ein bisschen weiter gekommen wir haben silver dust und hier habe ich nun mal so 12 tiny piles of silver dust bekommen stone nehmen wir mal raus was mit stone das macht weiß ich auch noch nicht wahrscheinlich zu stein brennen das können wir eigentlich mal draußen mal machen vielleicht klappt es ja ja und fliegt alles um die ohren das habt ihr ja schon mitbekommen gucken was passiert passiert gar nix sei ich müll immer mal raus das ist also müll aber müll schmeißt mal jetzt mal nicht weg wir machen das mal hier oben rein weil es gibt hier nämlich noch ein recycler sowie sitzen hier aus war so fein habe hier noch gold astrein massivieren lassen messerien und das lassen wir jetzt hier gleich mal durchlaufen das muss er hier erst wieder hitze aufbauen okay gut so ich habe festgestellt wir hatten gold machen und da lasse ich jetzt gleich mal dings durchlaufen und lasst uns auch mal ein bisschen gold herstellen so gegen gold dust können wir dann auch in barren form eigentlich verarbeiten lassen da die maschinen tue ich jetzt nicht anwerfen ja 12 das wollen wir mal schnell schauen halt stoppt das ein blätter acht 11 okay wir brauchen mit donnerwetter aber auch Es fehlt aber auch immer alles hinten und vorne. So, und jetzt sagt nicht, es wird wieder dunkel. Ach doch. Ich kann nur nachts schlafen. Und das kann man mal abschalten hier. Ich kann nur nachts schlafen. Und ich habe hier natürlich einen Mist gemacht. Jetzt aber. Gute Achte. Ich sollte mir auch mal den Chat ausschalten. Machen wir mal schnell. Chat-Einstellung. So. So, zum Spiel. So, aufkommt. Mach hin. Kannst weiter Blades machen. Werden wir ja brauchen. Isoliertes Koppelkabel. Ich sag bitte nicht, dass wir kein Koppelkabel nehmen. Ach, Mann ey. Es fehlt aber auch immer alles. Hinten und vorne. So. die kann man machen wir brauchen zwölf stück also 24 mal wie so wie das gold kabel das haben das können wir mal gleich dann brauchen wir brauchen noch mehr ironblades und körper redstone habe ich noch so dass haben zwölf stück brauchen und jetzt brauchen wir auch noch alles klar gut ich würde sagen wir lassen das jetzt einfach mal durchlaufen in der zeit wo das durchläuft werden wir weiter ausbauen dann machen wir erstmal das zeug da rein wie ihr seht wir brauchen massig von dem zeug massig das alles mal rein machen brauchen wir jetzt nicht das schmeißen wir da rein soll man hier nämlich mal exakt excavator wo ist mein hammer wozu geier ist mein hammer wünscht mich jetzt verpackt eier so So, jetzt da ist die Decke. Hier haben wir schnell die Erde weg. So können wir nämlich hier dann weiter in die Tiefe bauen. So, gleich auch noch ein bisschen ausleuten. Hier. Ich muss die Erde hier wegziehen. Oops. Ich muss die Erde wegziehen. So. 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 Ausleuchten nicht vergessen. Wir werden hier einiges in die Tiefe gehen. So, machen wir jetzt mal hier unten, bis das Werkzeug da nicht mal funktioniert. Und dann gucken wir mal, wie es oben aussieht. Wir müssen halt unsere Transformatoren bauen, damit unsere Maschinen jetzt nicht um die Ohren fliegen. Und das ist wichtig. Okay. Und wieder schön ausleuchten. Ich habe hier Wasser hin. Okay. Okay. Oh oh. Ich höre schon wieder. Das ist eine Höhle. Oh, wir haben auch Nacht, wir sollten mal schlafen gehen. Okay. Gehen wir mal schlafen. Oh, raus hier. Raus, 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 raus. So, gute Nacht. Okay. Wie sieht es hier aus? Ihr seid schön am arbeiten. Du bist durch. Okay. Ich werde mal draußen kurz Zeug abladen, was wir nicht brauchen. Dafür habe ich die Denker gestellt. Dich, 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 dich. Das kommt alles mal da raus. Die Rüte bleibt da bei mir. Okay. Ähm. Wie sieht es hier aus? Gold, Klaas, nehmen wir mal mit. So. Okay. Dann können wir jetzt unser Robber holen. So. Kann ich sagen, wir brauchen auch noch Robber. Hm. Alles? Achso. Falsche Taste. So. Können wir jetzt mal zwei Stück bauen von dem Krust hier. Erstmal zwei Stück. So. So. Das ist das hier. Ich werde hier noch nichts laufen lassen. Wir werden gleich mal wieder durchlaufen lassen. Das kriege ich immer noch nicht hin. Und die Goldkabel, was wir gemacht haben. Wo sind sie denn? Wo sind meine verfluchten Goldkabel? Haben wir doch gebaut. Echt jetzt? Da sind sie. Ich habe es doch gewusst. Wir haben die. Wir müssen die noch mal isolieren. Ach, du grünes Kanonrohr. Und ich habe keinen Rappatast mehr. Äh, Rappatzeug mehr. Alter Schwede. Okay, meine Freunde. Äh, äh, hier war es drin. Nein. Nein. Auch nicht. Gut, das heißt, ich muss, ähm, unseren Robber holen. Und ich würde sagen, unsere Folge ist auch schon wieder rum. Ähm, bis zur nächsten Folge werde ich... Ich muss erst unseren Extractor hier sichern, bevor ich den in Betrieb setze. Sonst fliegt der, sobald mir nämlich da was reinmachen, fliegt der uns in die, in die Ohren. Das heißt, ich muss in den, da, äh, zwei Teile reinmachen, damit wir auch unseren Ding bekommen. Okay. Und wir brauchen... Rubber. Okay, alles klar, okay. Ich würde sagen, für heute reicht's. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao, ciao.